Mein Name ist Roland Düringer, ich bin Schauspieler und ich unterstütze die Maßnahmen unserer Bundesregierung. Ich lebe an, wie ich meine, durchaus eigenverantwortliches Leben, aber gerade bei so einem privaten Thema wie meiner Gesundheit, da möchte ich mich eigentlich nicht auf mich selbst verlassen. Und ich bin froh, dass der Staat meine Gesundheit zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht hat. Zugegeben, früher dachte ich, wenn ich ganz einfach auf Körper, Geist und Seele achte und mein Immunsystem durch Bewegung an der frischen Luft, durch maßvolle Ernährung und ausweichend Schlafstärke, dass ich so Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen könnte. Aber heute, gut informiert, weiß ich es besser. Mein Schicksal, das liegt in Ihrer Hand. Krankheit muss nicht sein. Und selbst der Tod ist ja lediglich ein Fehler der Schöpfung. Wenn wir uns brav anstrengen, dann können wir gemeinsam mit der modernen Wissenschaft diesen Fehler korrigieren. Wer in Zukunft schon mit 85 Jahren in die Kiste hüpft, der hat eigentlich nur auf ein Software-Update vergessen. Also, bleiben Sie mir bitte gesund, befolgen Sie brav die Maßnahmen der Bundesregierung und bescheren Sie so mir und auch Ihnen ein ewiges Leben. Ich meine, was wir gesehen haben, ist das ein Leben. Ich meine, was wir wissen, was wir sehen. Ich meine, 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 was wir sehen. Vielen Dank.